Ah, im unteren Seilion gar nichts, sehe ich noch weniger als ich hier oben schon sehe auf Bildschirm. Okay, zwei Sackgassen. Da komme ich her und da kann ich nur hin. Ist das dieser Gang, den er aufgezeichnet hatte? Hier hat er doch so einen Gang aufgezeichnet. Das ist ein Schienensystem und hier ist noch ein Aufzug. Okay, es sieht so aus, als war hier mal ein Aufzug. Eine Leiche. Kaputtes Schloss von außen, offen ertrunken, Postmortal vor dem Tod. Ach, Postmortal heißt vor dem Tod. Okay, ähm, könnte so ein Spitzhacke Regal. Lehrerplatz. Spitzhacke. Da vorne. Ich sehe gar nichts. Okay, vielleicht leichte Schatten, aber... Was soll ich da unten rein? Das wäre doch bescheuert. Ach, oben noch ein... Was soll ich das Ding wieder absenken? Ich werde bescheuert, oder nicht? Also ich spitzhacke ist hier irgendwo. Hast du richtig verstanden? Oder hier die Richtung, oder nicht? Hier sind Weichen. Hier vorne ist ein Waggon... Ich kann hier aber nur getreten. Diese Geräusche machen nicht gerade Mut. Geht das Ding noch an. Leicht mit Schwung. Auf geht's! Geronimo! Ach! Das hat echt noch funktioniert. Ich... weiß zwar nicht, wo ich mit dem Ding hin muss. Aber es ist schon mal hier. Hä? Also... Das Ding lag da irgendwo. Ich will nicht sagen, aber ne Spitzhacke. Ne Taschenlampe wäre jetzt echt sinnvoll. Am besten eine, wo die Batterie nicht innerhalb der ersten vier Minuten ausgeht. Das ist echt nichts. Keine Spitzhacke. Gar nichts. Kann ich diese Weichen umstellen? Nein. Ich will da nicht alleine hinlaufen. Da ist ja gar... Da ist ja gar... Da ist ja gar... Wo ich herkomme. Ist dir was geändert? Nein. Also ich werde die Spitzhacke finden müssen und ich werde den angemessenen Ort für das Ding finden müssen. Das Ding wird ja genau von Anfang an wahrscheinlich da gewesen sein, wo es gerade war. Ich werde jetzt nur diesen schönen, total ungruseligen Tunnel entlang bringen. Spitzhacke. Boah. Das ist jetzt wahrscheinlich da wir jetzt so ein Stück zurückfahren. Ist da nicht drauf schalten. Kann das? Kann ich es jetzt untersuchen? Nein. Gut. Da nicht... Muss ich hier rein. Ich sehe nichts. Gar nichts. Wer? Bitte hier. Kannst du... Danke. Fahr doch noch ein Stück weiter. Jetzt kann ich es untersuchen. Gut. Nehme mich mal an mich. Das ist mal alles nicht so ultrageheuer. Äh... Projizieren. Projizieren. Im Keller. Ist das einer dieser unendlichen Dingsburgsgänge? Wo man hier unten ankommt? Scheiße. Scheiße. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht bis danach da unten laufen. Außer ich... Muss. Aber sonst sehe ich... Naja. Ich fahre erstmal weiter. Oh, kommen Sie dann hier. Zu einer Wand. Okay. Und irgendeine Therme oder so. Ist das Giftgas? Nicht hier rein. Ich werde nicht sagen, aber... Persönlich würde ich eher nicht in sowas reinlaufen, wenn ich das irgendwo unter der Erde in einer Mine schien würde. Abgesehen mal davon, dass die ganze Höhle eigentlich schon mit den... ...quallen voll sein müsste. Theoretisch gesehen. Wo kommen wir hier hin? Ich konnte zwei Formen von Schmerzen hier in der Red Creek Valley fühlen. Der erste, den du in die, und mit keinem Glück, ausging. Aber die andere Schmerzen war deeper, stickier, unknowbar. Und es wollte mich weg. Okay. Ich habe den Weg rausgefunden. Äh... Aber ich habe das da unten noch nicht geklärt. Deswegen darf ich nochmal wieder nach unten zurück. Juhu! Ich glaube, der Spitzhack ist das einzige Indiz, was ich habe, ne? Na... Ja gut. Dann dürfen wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Weil das so viel Spaß macht. Okay. Okay. Das war ein bisschen paradox, ne? Rückwärtsgang, volle Kraft voraus. Das ist da hinten Textur, die nachladen. Das sieht schon interessant aus. Vor allem bitte schneller. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die 6 Uhr nachladen. Ah, das ist eine Lampe. Okay. Oh Gott. So lange Wege. So. Spitzhacke. Fixieren. Und sie berühren. Reicht das? Ja, es reicht. Sehr gut. So. Was haben wir hier? Er hebt ihn an den Käfig. Okay. Er hebt ihn an den Käfig. Er hebt die Spitzhacke. Er sperrt sie ein. Er greift sich in die Spitzhacke. Er greift sich in die Spitzhacke. Er greift sich in die Spitzhacke. Also, ich glaube, das fängt, also, die beiden kommen rein. Ähm. Die beiden kommen rein. Er hebt ihn an den Käfig. Er schließt sie ein. Er greift sich in die Spitzhacke. Und geht Hacken. Funktioniert das? Okay. Das erste war schon mal richtig. Und das zweite anscheinend auch. Ist das das dritte? Ist das das dritte? Das das vierte und das das fünfte? Okay, das ist vielleicht falsch. Ähm. Ist das die zwei? Die drei, die vier, die fünf. Das ist das dritte. Vielleicht will sie jetzt abhauen? Das ist das dritte. das sind mal zwei. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt tut Alice sich die Spitzhacke und zerstört den Stromkasten.